Hallo alle miteinander, schön, dass ihr heute hier seid, auch die, die sich das Video im Nachhinein anschauen. Wir sprechen heute über das Kollagen-Elixier, eine ganz spezielle Sache, die wir seit 29. Juni hier in Europa am Markt haben und ich muss sagen, ich bin sehr begeisterter Anwender seit über 40 Tagen, habe meine ersten Erfolge damit, auch positive Rückmeldungen von Menschen, mit denen ich es bereits geteilt habe und das Wichtigste ist beim Kollagen, dass man wirklich begeistert ist davon, nur dann kann man es auch wirklich teilen, weil dann spürt der andere das und will es natürlich auch verwenden, für seine Zwecke, wo er sagt, das hier und da kann es ihm helfen. Wir haben auch eigene Tumpholze gekauft, die kann man sich auch im Nachhinein anschauen, über das Kollagen speziell, wo es nur um das Kollagen geht. Aber heute geht es einmal darum, wie man mit dem Kollagen arbeitet, wenn man es teilen möchte. Und da wird der Josy einiges dazu sagen. Hier gibt es von Isagenix ein Toolkit, das wir anwenden können, wo sehr viele Bereiche drin sind. Für jeden etwas dabei, wie wir das Kollagen teilen können. Über Facebook, über Tischständer, vom Banner abgesehen. Dann haben wir irgendwelche Postkarten, die wir verwenden können, QR-Codes, die wir integrieren können. Also sehr viele Möglichkeiten. Und wir wollen euch heute zeigen, wie wir zu diesem Toolkit kommen, wo man das findet in seinem Backoffice und wie man damit arbeiten kann erfolgreich und das ganze Kollagen-Elixier auch mit anderen teilen kann und damit auch Kunden gewinnen kann und auch Geschäftspartner zukünftige. Und dass die das auch gleich wissen, wie das funktioniert, dass man das auf jeden Fall duplizieren kann. Und ja, Josy, steigst du ein auf die Seite oder soll ich einsteigen? Leo, du wolltest, oder wir wollten ja vorher noch Fragen über Erfahrungsberichte. Ja, genau, ganz wichtig, ganz wichtig. Also, wer hat das Kollagen-Elixier jetzt schon mindestens ein Monat in Verwendung? Der schreibt da mal einen Einzelnen-Chat rein. Da haben wir schon mal zwei, muss man auch noch dazu fügen, ja. Eigentlich alle. Nicole, hast du das Kollagen-Elixier auch schon in Verwendung? Gestern den ersten Tag. Gestern den ersten Tag, das heißt, super, bist du jetzt einmal gestartet damit. Wie schmeckt es dir? Ein bisschen zu süß, aber gut zu trinken. Sehr gut. Ja, das ist der Apfelsaft-Extrakt, der da drin ist, damit eben dieser Fischgeschmack, ja. Und da geht es an andere wertvolle Pflanzenstoffe drinnen, die findet man alle im Toolkit, diese Informationen. Und jeder, wie das anders schmeckt, ja. Für jeden ist irgendwer der Geschmack natürlich ein bisschen anders, ja. Oder das eine oder andere stärker spürbar. Und wer das jetzt schon länger angewendet hat, hat jetzt schon Erfolge oder es merkt bei sich, dass sich etwas verändert hat. Bitte. Ja, schalte kurz einmal frei, sagen Sie einmal was darüber, wie das bei dir wirkt und wie lange nimmst du das schon? Also ich nehme sie jetzt auch schon als zweite Monat und ich bin sehr begeistert. Das hat für mich vielerlei Vorteile. Das Erste ist, dass ich gemerkt habe, schon nach zwei, drei Wochen, dass meine Haut deutlich weicher war. Nicht nur beim Rasieren im Gesicht, sondern generell. Die Haut fühlt sich einfach viel weicher an. Und was interessant war, sowohl meine Frau als auch die Kinder haben gesagt, dass bei mir ganz deutlich zu sehen ist, dass diese Fältchen oder vielleicht auch schon Falten da bei den Augen deutlich weniger geworden sind. Also das ist für mich eine Erfahrung, die total toll ist. Und wir haben in der Familie einige Erfahrungen jetzt schon, weil es manche schon über 30, 40 Tage nehmen. Das Zweite ist, es schmeckt mir extrem gut. Und gerade, wie du gesagt hast, das ist Apfelsaft, aber auch diese Beerenfrüchte, diese Goji-Beeren und diese Beerenfrüchte, die da drinnen sind, machen das extrem fruchtig. Und ich trinke es sehr, sehr gerne auch so als Nachspeise einmal, wenn ich es an den Tagen noch nicht genommen habe. Und das ist irgendwie so wie eine Belohnung auch zusätzlich noch. Es ist total lecker, aber die Erfolge sieht man. Und auch im Team habe ich ganz viele Leute, die schon tolle Erfolge haben mit diesem Kollagen. Super, danke, Gerhard. Jetzt ist noch natürlich eines wichtig, das eine ist die Erzählung und das andere sind die Bilder. Also es ist ganz wichtig, wenn man beginnt mit dem Kollagen, auch Bilder zu machen von sich. Ja, ein Selfie. Und da gibt es auch in dem Toolkit einen Leitfaden, wie man genau diese Bilder macht, damit man auch den Unterschied sieht. Wir haben sehr viele Bilder von Fändenleuten aus den USA oder aus anderen Ländern, wo das Kollagen-Elexier schon angewendet wird. Und der eine oder andere, so wie es mir schon passiert ist, wenn ich so ein Bild herzeige, ja, das ist ja retuschiert. Oder das kann man ja verändern, das sind Werbebilder. Aber interessant ist jetzt, wenn man dann Bilder von sich selbst zeigt, ja, wie war das vorher und wie ist es jetzt, ja. Und da hat man ja selbst schon, wenn man das erklärt, schau mal her, ich zeige dir ein Bild, wie das vorher war und wie es nachher ist. Ein ganz anderes Feedback von der Person, der mir das zeigt, ja. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, macht Bilder davon. Und wenn ihr Kunden habt, ja, dann sagt diesen Kunden auch, bitte ein Foto vorher machen. Ja, manche sagen, ja, ist nicht notwendig, merkt es schon. Es wird nicht so sein, wenn diese Veränderung kommt, schön langsam, ja, und man gewöhnt sich an die Veränderung, an die positive. Man kriegt es gar nicht mit, sondern man wird von außen nicht angesprochen, dass irgendwas ist anders bei dir. Und ich muss sagen, ich habe dir Erfahrung gemacht von einem Kunden, der gesagt hat, nach 25 Tagen, ich merke noch nichts. Und dann hat eine Freundin den Kunden angesprochen, ja, es ist bei dir irgendwas anders, ich möchte es jetzt auch haben. Ja, und das ist, wenn ein Bild vorher da gewesen wäre, wäre das absolut sichtbar gewesen. Aber in dem Fall hat eine Freundin gesehen, bei ihrer Freundin, dass sie was verändert hat. Und das alleine war ausschlaggebend, dass sie einen neuen, quasi einen neuen Kunden bekommen hat. Und jetzt schon ganz geügt, auch ist das Kollagen auch 30 Tage zu probieren. Und hat sofort eine 60er-Tage-Bestellung gemacht, damit es mit dem nächsten Teil werden kann. Also so vervielfältigt sich das Ganze. Und wir sehen, es beginnt erst so wirklich zum Laufen, weil jetzt die Ergebnisse kommen. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Und natürlich auch für neue Kunden und Interessenten, die jetzt wirklich neugierig werden und natürlich das auch probieren möchten. Und deswegen gebe ich jetzt jetzt weiter an den Josy. Wie steigst du in das Backoffice ein, Josy, und erfährst du, wie man zu diesem Toolkit kommt. Wo wirklich ganz tolle und wichtige Informationen für das Teil und für den Geschäftsaufbau stehen. Sehr gerne, Leo. Mache ich sehr gerne. Kurzes Moment. Und zwar im Prinzip geht man einfach ins Backoffice hinein. Und unter Ressourcen findet man eben, wenn man klickt, den Punkt eu.eiser4yourinformation.com. Wenn man da auf diesen Link klickt, kommt man eben auf die englische Seite. Da geht man dann aber auf deutsche Sprache. Scrollt ein bisschen weiter runter. Und hier zum Beispiel geht man dann auf das Kollagen-Elixier. Das war jetzt vorher. Genau. Da haben sie jetzt vor kurzem, da war so ein kleiner Link unten, wie man zu dem Toolkit kommt. Der ist jetzt, der dürfte jetzt in den letzten Minuten irgendwie verändert worden sein. Aber normalerweise war da unten jetzt ein kleiner Link. Wenn dieser Link jetzt da... Entschuldigung, du musst wieder auf die... Der Link ist jetzt momentan... Von der Sprache zurückgehen. Ja. Auf das Englische. Man bleibt auf Englisch, so ist es. Auf Englisch bleiben, auf der englischen Sprache. Hier hat man dann eben das Kollagen-Elixier abgebildet. Und einige Berichte, wie man eben Kunden generieren kann, wie man weiterkommt, wie man eine Party generieren kann. Und ganz unten hat man dann eben dieses Kollagen-Toolkit. Und wenn man hier draufklickt, kommt man auf den Link, wo man sich sonst normalerweise befindet, wenn wir über das Kollagen sprechen. Das ist ja ganz kurz. Und jetzt kannst du die englische Sprache auf Deutsch umsetzen. Auf Deutsch, genau. So, jetzt sind wir dort, wo wir normalerweise immer unser Toolkit vorfinden. Und was jetzt interessant ist, was wir euch ja heute auch zeigen wollten, ist auf der einen Seite, mit welchen Tools kann man duplizierend sehr, sehr gut arbeiten. Wenn man da von oben ein bisschen runter scrollt, seht ihr die ganzen Werkzeuge, die aktuell zur Verfügung stehen. Ich werde da vielleicht den Bildschirm ein bisschen kleiner machen, sodass man es besser sieht. Auf der einen Seite haben wir hier die Leitfäden und die PDFs. Wir haben Skripte auf der zweiten, auf der rechten Seite. Dann drunter, es gibt einige Präsentationen, die man auch sich runterladen kann. Und auch einige Artikel, wie man auch mit Leuten darüber sprechen kann und vor allem auch Fragen beantworten kann. Ich möchte jetzt kurz auf das Skript eingehen, wie man mit Kollagen-Elixier auf neue Kunden, auf neue Interessenten gehen kann. Und wie man die findet. Und das Spannende ist, es ist ein total duplizierbares Werkzeug, weil durch diesen Skript, das man hier findet, kann man es eins zu eins, ich kann es markieren. Da steht du, es steht immer du und sie, beziehungsweise eher sie, was dann als Antwort kommt. Und überall dort, wo eben du steht, kann man hergehen und diesen Text, der hier ist, markieren, dann kopieren und dann in eine, zum Beispiel als SMS weiterschicken oder über WhatsApp weiterschicken oder über Instagram, über sonstige Medien wie Facebook Messenger weiterschicken. Das Spannende ist, ihr habt das selber schon sehr, sehr oft angewendet und auch einige Kunden und Partner auch daraus generiert. Die Leute antworten dann tatsächlich auch, na was ist denn das? Oder wenn ich ein paar Fotos sehen möchte oder man stellt die Frage, möchtest du ein paar Fotos sehen? Ja, natürlich wollen die Leute Fotos sehen. Und so kommt man dann Schritt für Schritt weiter und man kann dann hier über diesen Link dann das Vorher-Nachher-Fotobuch eben teilen. Entweder man klickt dann eben diesen Link drauf und ladet sich dann dieses Fotobuch runter, das kommt dann in den Download-Ordner. Bei mir, ich arbeite hier jetzt mit dem Firefox, da ist auf der rechten oberen Seite dieser Pfeil und wenn ich da jetzt draufklicke, dann seht ihr, dass da jetzt gerade etwas runtergeladen worden ist. Und wenn ich das dann öffne, dann kommt man eben auf das 48 Seiten Vorher-Nachher-Buch. Man könnte aber auch, wenn ich da zurückgehe, wieder in das Standard, auf die Standard-Seite, es gibt die lange Version, so wie ich es jetzt gerade mir runtergeladen gehabt habe, oder die Short-Version. Das ist eine 29-seitige, kurze Version, wo einfach detailliertere Bilder, gekürzt eben die ganze Variante da ist, damit sich die Leute nicht alle Bilder anschauen müssen. Und die dritte Variante, das sind dann die, wo man sich einzelne Fotos herauspickt und diese quasi dann weiterleitet. Also man kann sich aussuchen, man könnte auch aussuchen, welche Variante eben diese Bilder, diese Vorher-Nachher-Bilder verwenden wollt. Was sich auch sehr gut gezeigt hat, war, ich gehe jetzt noch einmal zurück in dieses Skript, dann gibt es eben ein Zwei-Minuten-Video, das man teilen kann, aus dem Skript heraus. Und auch hier ist es so, dass die Leute dann sagen, ja natürlich, es würde mich total interessieren, da auch ein bisschen was mit Ton zu haben. Und da kann man ganz einfach dann diesen Link, der sich hinter dieser blauen Schrift hier befindet, auch weitersenden. Wie macht man das? Man klickt einfach diesen Link an mit der rechten Maustaste und da kann man einfach die Link, also diese Link-Adresse kopieren. Und wenn ich das jetzt in eine weitere Seite zum Beispiel einfüge, sagen wir auch in den Chat einfüge, so öffnet sich die Little Bottle of Amazing auf Deutsch. Und das Video dauert, so wie man es hier sieht, zwei Minuten 18 und startet und erklärt noch ein bisschen mehr im Detail, was das Produkt kann. Reicht das noch immer nicht aus, so geht dann im Skript, ich gehe noch einmal ins Skript hinein, so kommt man dann eben über das Skript, dann über das erweiterte Video, das dann vom Dr. Plant auch erklärt wird, was auch hier die Hintergründe hinter dem Kollagen-Elixier erklärt wird. Das heißt, da geht es wieder ein bisschen mehr ins Detail. Aber ich kann euch versichern, die meisten Leute wollen vorher-nachher Fotos haben, sie wollen wissen, worum geht es da im Groben und Ganzen und dann im weiteren Schritt, was zahle ich. Und auch das ist in dem Skript drinnen zu finden. Das heißt, wir haben zwei Packs, die empfohlen sind, das 40er Pack und das 60er Pack. Und auch hier haben wir eine Anleitung zusammen kreiert, wie eben diese QR-Codes dann in weiterer Folge dann auch verwendet werden können. Spannend ist, dass man einfach nur Fragen braucht. Bist du eben ein 40er Typ oder bist du ein 60er Typ? Welcher Typ bist du? Und daraufhin sagt dann die Person entweder 40- oder 60er Flaschentyp, also in dem Fall in diesem Vorschlag das 60er Pack. Und dann schickt man eben die Anleitung rüber, wie man einen Warenkorb anklickt und dann auch auswählt und vor allem auch seine User-Daten eingibt, wie eben Benutzernamen, das Passwort, die Adresse, weil das Paket muss ja irgendwo hingeschickt werden, dann die Telefonnummer, dass man auch erreichbar sein kann und die E-Mail-Adresse, sodass eben der Zugang auch wirklich funktioniert. Ja, und im nächsten Step dann kann man auch hergehen und diese Person dann auch fragen, ob diese Person sich auch durch die ersten Empfehlungen die Erstbestellung zurückverdienen kann. Und sich die 509 Euro, weil das ist eben das, was man durch die Empfehlung bekommt, bekommen kann im ersten Step, ob man das zurückverdienen möchte und damit quasi schon die erste Investition günstiger hat. Dann gibt es eben ein Ja oder ein Nein. Und das Spannende ist, bei einem Nein, das habe ich auch schon mehrmals gehabt, dass die Leute dann sagen, nein, einfach nur ein Nein. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber was hättest du gerne? Wie viel würde dich eben reizen? Und dann gibt es Antworten, wie zum Beispiel hier eben diese 2.000 Pfund oder 2.000 Euro. Dann gibt es Antworten 3.000, 5.000 Euro oder 10.000 Euro, je nachdem. Und es geht nicht darum, dass man jetzt in erster Instanz alles erklärt, sondern es geht einmal darum zu schauen, was wäre der nächste Schritt. Und in diesem Fall ist es dann ein Dreiergespräch. Also wenn ich dir einen Weg zeigen könnte, wie man in diesem Fall zum Beispiel diese 2.000 Euro verdienen kann, ist es dann okay, wenn ich dir zeige, wie du es bekommst, wie du es verdienen kannst, wärst du daran interessiert. Und dann kommt ein Ja. Und dann macht man eben ein Dreiergespräch, entweder über Zoom oder WhatsApp oder einer sonstigen Möglichkeit mit einem Kollegen oder mit der Upline. Und macht eben so ein Opportunity Meeting, wo dann die dritte Person dann erklärt, wie man eben zum Geldverdienen kommt. Also das soviel zu dem Thema, wie arbeiten wir oder wie haben wir jetzt schon in der letzten Zeit mit dem Skript gearbeitet, wie finde ich einen neuen Kunden. Spannend ist dann auch noch das Thema mit dem Salonteilen. Das heißt, das Kollagenelixier, ihr wisst ja, können sehr, sehr gut, diese Produkte können sehr gut eben in Schönheitssalons angewendet werden, bei Friseuren. Denn jeder von uns geht irgendwann einmal zum Friseur. Ich war jetzt in den letzten Tagen wieder. Und auch die Gerlinde, meine Frau, die geht des Öfteren auch zur Fußpflege. Und auch da kann man einfach nur ganz kurz eben fragen, hey, schon was von Kollagen gehört? Und wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, gibt es da eben auch eine Vorstellung, wie man Kollagenelixier im Salon teilen kann. Eine PowerPoint-Präsentation. Und die könnte man dann gemeinsam durchgehen. Ja, und zu guter Letzt, wir haben unten im unteren Segment gibt es auch noch einige Videos. Auf der einen Seite, ich bin ein Fan auch von Sexloben, vor allem deswegen, weil er auch eine Art und Weise hat, wie er mit Menschen auch umgeht, auf sehr duplizierbare Art und Weise, hier in drei Videos zusammengestellt, wie man eben mit dem Kollagenelixier noch einmal arbeiten kann. Und wer da wirklich Fragen hat, sollte sich einmal diese, zumindest das erste und das zweite Video anschauen und bekommt da vielleicht auch noch ein paar Ideen, ja, wie man sprechen kann, welche Zugänge man verwenden kann, welche Fragen man im Detail noch stellen kann. Das ist eben für die Leute, die wirklich noch mehr darüber wissen wollen. Und Leo, wie funktioniert das, wenn jetzt noch Menschen noch mehr Details wissen wollen? Was machen an die? Gut, danke für die super Erklärung. Also es gibt Leute, die wollen mehr wissen, was kann das Kollagen, was ist drinnen, wie funktioniert es, wie schaut die Wissenschaft hinter diesem Kollagen aus. Grundsätzlich ist es so, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Ärzte, wir geben keine Versprechen, dass irgendwas funktioniert, sondern wir zeigen ein Video vom Dr. Joshua Plant, vom Eiser Jennings, gemachtes Video, auf Deutsch übersetzt, die Wissenschaft hinter dem Kollagen-Elixier. Also wir selbst müssen gar nichts wissen über das Kollagen, manchmal ist es sogar besser weniger zu wissen, ja, und einfach das Video herzuzeigen und die Wissenschaft hinter dem Kollagen-Elixier dauert circa 15 Minuten, wo wirklich erklärt wird, wie funktioniert es, was ist es denn, wie ist es entwickelt worden, dass es zum Beispiel zehn Jahre lang entwickelt worden ist, von über 250 Menschen, die daran beteiligt waren und wirklich am neuesten Stand der Wissenschaft ist. Und dann gibt es noch ein Video, das dauert über eine Stunde, wo viele Leute gefragt haben, das war europäischer Zoom-Call, wo viele Leute gefragt haben, wie funktioniert es, wer kann es nehmen, wann darf man es nehmen, wie ist es aufgebaut und hier wird wirklich detailliert geantwortet auf sehr, sehr viele Fragen von Interessenten, von Kunden und Partnern, ja, das ist das Kollagen-Q&A-Question-Answer vom Dr. Blunt, das war mit der Rebecca Harrison und mit dem Dr. Blunt, ja, ein Call, wo wirklich auf jede einzelne Frage der Interessenten eingegangen worden ist, ja, die ihr auch unter Umständen bekommt, wenn ihr draußen seid, ja, und mit anderen Leuten spricht, dann habt ihr dieses Video zur Verfügung und das könnt ihr euch auch gemeinsam mit euren Interessenten anschauen, also am besten nicht alles lernen über das Kollagen, einfach nur begeistert sein, selbst anwenden und die Videos dazu verwenden, zum Teilen und wirklich auch Informationen weiter zu geben, weil das kann jeder, da muss niemand wirklich viel wissen, einfach nur diese zwei Videos, wenn viele Fragen auftauchen, ja, einfach teilen hier, da ist auch, da sind wir so einen kleinen Flieger rechts unter dem Herzerl, ja, mit dem können wir das Video einfach teilen, ja, Facebook, Twitter, E-Mail, wie auch immer, oder einfach kopieren den Link und der WhatsApp verschicken oder Messenger. Super, perfekt, ja, danke dir. Und dann geht man noch zum Abschluss, ganz wichtig, das muss ich noch einmal sagen, das wir gern vergessen, Fotos machen. Hier haben wir einen Leitfaden, wie Bilder gemacht werden sollen, jetzt von, am besten einmal die eigenen Bilder, ja, und auf diesen Leitfaden einmal machen und dann mit den neuen Kunden oder Interessenten oder Partner dasselbe machen, ja, das auch rauskopieren, weitergeben und das ist genau so ein Informationsblatt, das man teilen kann. hier sind auch wirklich, wirklich wichtig, diese Bilder zu machen. Und es muss nicht nur das Gesicht sein, das können andere Körperteile wie der Hals, Dekolleté, ein Auge, die Hand, ja, da kann man sehr viele Bilder von sich machen, in dem Fall ist immer das Knie, ja, also jeder hat auf seinem Körper irgendwelche Probleme zu haben, wo er sich Verbesserungen erwartet oder Veränderungen und einfach fotografieren und abwarten und das Kollagen begeistert einfach nutzen. Und noch was ist ganz wichtig, es bringt nichts, das Kollagen nur ein paar Tage zu verwenden, ja, in der Regel ist es so, das ist jetzt meine letzte Information, die ich erhalten habe, am besten 90 Tage, mindestens 90 Tage verbringen, das heißt, nichts anderes als wenn jemand zum Beispiel jetzt 40er Pack bestellt, gleich mit ihm auch gemeinsam das Autoship einrichtet, weil hier gibt es nur einmal Ersparnis und nie einfach nur sagen, da nimmer Bock und Kollagen oder Teissigstück, das bringt nichts und das wird die Menschen nicht in die Richtung bringen, dass sie für sich selbst das Ergebnis sehen, sondern wirklich mit dem Interessenten vorsprechen, dass 90 Tage sehr sinnvoll werden. Super, Leo, danke dir. Gerhard, und abschließende Worte auch noch von dir, und zwar, wie können diese Tools jetzt da in der Praxis auch, so wie wir sie jetzt da durchgenommen haben, wie können die Anwendung finden? Wir können dich nicht hören. Das Wichtigste, das Wichtigste, also das, was der Leo gesagt hat, wir können Fotos von anderen Menschen zeigen und es wird nicht die gleiche Bedeutung haben, als wenn man jemandem ein Foto zeigt, wie habe ich vor 30, vor 60, vor 90 Tagen ausgesehen. Ich glaube, das ist um und auf sein eigenes Werbematerial für sich gratis zu entwickeln, zu entwerfen, indem man einfach Fotos jede 30 Tage macht. Ihr glaubt es gar nicht, euch fällt es ja selbst gar nicht so auf, aber die Unterschiede sind enorm und die Zeit kann man nicht zurücktreiben. Da kann man nicht sagen, ja, früher habe ich anders ausgeschaut, sondern einfach diese Fotos machen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die bei sich zu haben, die jemandem zu zeigen, das ist authentisch, das passt. Was der Leo auch gesagt hat, von seinen Kunden Fotos zu machen und die auch fragen, darf ich die herzeigen? Weil auch die Kunden freuen sich riesig, wenn es funktioniert, dann brauche ich nicht mehr diskutieren, ob die Person wiederbestellt, wiederbestellt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, anzuwenden. Es gibt nichts Besseres, als wenn man authentisch ist und weiß, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt, in welche Packungseinheiten. Es gibt das immer zehn Stück drin, sind und 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 das kann man nur, wenn man es selbst benutzt, da kommt man authentisch rüber, das ist wichtig. Der QR-Code ist eine tolle Sache, man kann so einen QR-Code im Internet selbst erstellen. Da gibt es tolle Gratis-Programme, wo man einfach einen Link reinkopiert von der persönlichen Website oder was man halt möchte oder von dem Kollagen, wo man es bestellt, auf seiner persönlichen Seite und diesen QR-Code einfach rein. Davon haben wir schon einmal ein Video aufgenommen, auch das wurde geteilt, falls jemand das nochmal haben möchte, hat sicher eure Führungskraft, mit der er zusammenarbeitet, Zugriff drauf, wenn nicht, kommt es auf uns zu, wir brauchen euch das nur nochmal weiterschicken. QR-Code ist total wichtig, ich habe zum Beispiel jetzt auch in den letzten Monaten, wie das jetzt rausgekommen ist, Kollagen, es gewagt, sozusagen, einfach mal zu Sonnenstudios hinzugehen, zu Beauty-Studios, zu Fußpflege, zu Friseuren, so wie es der Josy gesagt hat und das Interessante, ich habe diese Tools, die wir jetzt gesehen haben, verwendet, die haben kurz einen Film gezeigt, aber ich habe auch die Vorher-Nachher-Foto mal runtergeladen auf das Telefon, aufs Handy, habe nur die Fotos kurz durchgescrollt und das, was ich erzählt habe, war gar nicht so wichtig, sondern das, was die Leute gesehen haben, das hat die Menschen begeistert im Endeffekt und gesagt, okay, dann probiere es einmal aus. Mit dem QR-Code ist es ganz einfach, weil die meisten Friseure-Fußpflege-Studios haben einen nach dem anderen, einen Kunden nach dem anderen, dem hat gar keine Zeit, jemanden dann zu registrieren, aber sie können den Kunden dann sagen, im Institut, scan einfach, brauchst du dein Handy draufhalten, die meisten Handys scannen automatisch gleich den QR-Code, gehen auf die Webseite und dann kann man sagen, scan auf das 40er oder auf das 60er Pack und du brauchst nur mehr deine persönlichen Daten eingeben, Lieferadresse, Zahlungsmethode und ob du das wieder geliefert haben willst, und dann ist es schon erledigt und die Person bekommt es automatisch geliefert. Ich glaube, das ist auch gut, danke, QR-Code-Generator.de hat der Josy gerade reingegeben, super, da kann man sogar noch aussuchen, sogar wo dabei steht, dann scan me oder irgendwas lustiges, das ist eine Gratis-Seite, wo man seine QR-Code erstellen kann, wer aber da der Hilfe braucht, kommt auf uns zu, wir wollen euch helfen, duplizierbar zu arbeiten und es auch zu lernen, das ist ja unser Job. Was auch ganz gut geht, ich habe das hinter mir stehen, so einen Banner, das ist toll, weil wenn ich jetzt mit Leuten zoome, wo es gar nicht um das Business geht, die Leute fragen, hey, was hast denn du hinter dir stehen? Das heißt, ich bin mitten im Gespräch und dieser Banner, sowas kostet, weiß ich nicht, zwischen 50 und 100 Euro, wo man es halt dann bestellt, aber das ist ein super Werbemittel, außerdem ist es auch toll, wenn ich einmal netter bin, dann kann ich es jemandem morgen wohin stellen, wenn ich zwei Wochen auf Urlaub bin, kann ich es zu irgendeinem Kosmetikstudio stellen, mit dem ich zusammenarbeite und sage, pass auf, ich brauche es gerade nicht. Ich habe das auch mit anderen Bannern gemacht, ich habe mehrere und es ist ganz spannend, dass man das machen kann. Aber auch seinen Partnern, vielleicht bei Sonnenstudios oder Kosmetikstudios, zu sagen, du machst da so einen Banner, der kostet fast nichts, aber du brauchst nicht mehr reden. Die Leute sehen es, die Leute lesen sich das durch und die Leute werden neugierig und du kreierst dadurch Kunden. Das ist ein reines Abschreibmittel, das relativ wenig kostet, also für einen Unternehmer überhaupt keine Diskussion über diesen Banner gekauft. Was noch ist, wir haben ja gesehen, dass es Videos gibt, der Leo hat das gezeigt, dass es Videos gibt, so ein zwei Minuten Video, ist ganz toll, hat auch der Josia, wenn es darum geht, einfach einmal Eysagenics oder dieses Collagen kennenzulernen. Das dauert nur zwei Minuten, super Werbevideo. Ich habe ein Kosmetikinstitut vor zwei Wochen registriert, die hat auch gefragt, kann ich irgendetwas auf meinem Fernseher, auf den Großen, habe ich gesagt, boah, sie haben da einen riesen Fernseher hängen, dann haben sie da auch Werbung und so laufen und die sagt, ja, die sagt, haben sie da irgendwas? Ich habe dir das Video gezeigt, das ist genial, das lasse ich im Hintergrund laufen, das ist eine nette Musik, das soll sich immer wieder wiederholen, das ist ein Eyecatcher, die Leute warten oft, bis sie drankommen, dann sehen sie das und dann kommen sie zu mir und fragen mich, was das ist. Oder sie hängt gleich das QR-Foto drunter auf, 40 Stück, 60 Stück, braucht die Kundin nur hingehen und kann sich sofort selbst registrieren. Machen wir es unseren Partnern und Kunden extrem einfach und nicht, boah, jetzt muss ich hingehen, so wie der Arzt vielleicht sagt, ich habe ja keine Zeit, ich habe einen Patienten nach dem anderen. Klar wird das Kollagen gut, aber ich kann mir nicht zehn Minuten hinstellen und registrieren. Das mit dem QR-Code ist traumhaft und ihr werdet sehen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, wir haben viele Dinge in unserem Leben noch nie gemacht, aber das ist so einfach zu lernen und dann könnt ihr das ihr auch duplizieren. Einfach mutig sein, nachfragen, wir stehen euch voll zur Verfügung mit all den Informationen, die ihr heute gehört habt. Ja, super. Danke dir, Gerhard, für die letzten Tipps, wie man das auch in der Anwendung dann auch finden kann. Gibt es irgendwelche Fragen von den Leuten, die jetzt heute hier im Call sind, weil dann können wir die auch beantworten. Wenn ja, dann einfach freischalten. Wenn ich darf, ich hätte vielleicht eine Frage und zwar habt ihr jetzt vorgestellt, dass es eine PowerPoint-Präsentation gibt für die Salons und Gerhard, du hast jetzt auch erzählt, dass du diverse Salons aufgesucht hast. Gibt es auch Flyer, die man einfach in Salons oder bei Ärzten oder wo auch immer verteilen kann, auslegen kann? Gibt es sowas auch? Ja, es gibt auch dem Toolkit ganz, ganz tolle Bilder. Ich habe eines, habe ich das jetzt hier legen, da habe ich auf der ersten Seite oben stehen, eine Million Mal verkauft in 72 Stunden. Vielleicht kennst du dieses Datenblatt und da steht auch oben von Mary Claire empfohlen zum besten Produkt für innere Schönheit. Das Tolle ist, dass diese Zeitschriften viele kennen in dieser Branche und alleine, wenn die das sehen, super. Da, Heinz, der zeigt es jetzt gerade in die Kamera, das ist super. Die Leute sehen auch neun von zehn Punkten von Elle und Mary Claire empfiehlt es als bestes Produkt von innen heraus. Wenn das Kosmetikstudios sehen, sind schon mal interessiert. Und auf die Rückseite habe ich die Vorteile und Eigenschaften kopiert und dieses beidseitige Blatt, damit kann man super, super arbeiten, wo man es jemandem mal gibt oder auch jemandem was zusendet. Ich mache das auch gerne, wenn jemand, egal ob es sich registriert, die Person, oder sagt, naja, ist sehr interessant, dass ich natürlich per Telefon immer gleich sage, geben Sie mir Ihre Telefon und ich schicke Ihnen bei WhatsApp was rüber. Warum? Erstens, ich habe die Kontaktdaten von der Person, zweitens, die hat gleich am Telefon dieses Zwei-Minuten-Video, was sie jemandem zeigen kann oder weiterleiten. Sie hat gleich auch ein paar Bilder vorher, nachher und auch diese Eigenschaften, Flyer, das schicke ich alles gleich der Person, weil dann kann es selbst duplizieren und manche sind ja auch sehr fit auf Instagram oder so, die verwenden das dann wirklich auch zum Teilen. Also da gibt es eine ganze Menge Tools, Nicole, also wenn du da irgendwas nicht findest, komm auf uns zu, wir schicken dir das gern weiter oder wenn du möchtest, schicke ich dir nachher ein Prozept mit den Sachen, die ich so verwende. Ganz kurz noch, Nicole, diese Informationen, die der Gerd jetzt mit uns geteilt hat, findest du alle in dem Bereich Toolkit unter Lookbook, da gibt es eine kurze und eine lange Version und genau da sind alle diese Informationen aus Blätter, die du kannst ein einzelne herausnehmen, du musst dir das ganze Lookbook nehmen, nimm das, wo du denkst, das ist teilbar für dich, diese Information, was ist im Kollagen drin, wie funktioniert es, das mit diesen, wo Eli draufsteht und so weiter, wo bereits diese Auszeichnungen gemacht wird, das ist auch ganz interessant für Salons, weil die wissen ja, welche Zeitschriften das sind, das ist alles in diesem Lookbook drin, einmal ausdrucken, immer sogar in Kunststoff poliert, da kann es regnen, wenn irgendwo reingeht, das mischt man auch, das sehen die Leute auch, das ist schon ein bisschen höherwertig und einfach mitnehmen, immer mit dabei haben, weil du weißt nie, wem du gerade triffst oder wenn du jetzt gerade irgendwo bei einem Salon vorbeigehst und du hast da damit das Bedürfnis, da hineinzugehen, wer weiß, was da entsteht, immer mit dabei haben. Das heißt, die Informationen stehen im Toolkit drin, aber ihr habt euch dann individuell selbst einen Flyer zusammengestellt. Richtig. Okay. Einfach Vorderseite, Rückseite so bedrucken, so wie es du gerne möchtest, das was da drin ist. Genau, ja. Und das findet man eben in den PDFs drinnen und ja, ob das eher zwei Seiten oder vier Seiten sind. Okay, Dankeschön. Und man kann halt dann, wenn man nach das Kollagen 30 Tage verwendet hat, dann haben wir offizielle Berechtigung, auch eigene Bilder zu verwenden. Auch die machen, ausdrucken und mitnehmen, weil da sieht man dann, so hat es vorausgeschaut und so schaut es jetzt aus und der Interessent sieht dich ja dann selbst und sieht ja auch, du warst vor 30 Tagen oder vor 60 Tagen. Genau, und was auch toll ist, vielleicht das auch noch dazu, Nicole, und auch an alle anderen, wenn ihr diese Bilder eben im Handy drinnen habt und sehr oft gibt es eben die Situation, dass du mit deinem Telefon unterwegs bist, dann kannst du sagen, okay, gut, ich habe diese Dinge eben da drinnen reingeladen und man kann sich eben PDFs, jedes Handy kann heutzutage ein PDF öffnen, da eben zu starten und einfach zu schauen und sagen, schau her, so schaut es vorher, so schaut es nachher aus. Oder so, wie wir sonst normalerweise Bilder herzeigen. und das kann man da genauso tun. Wichtig ist, weniger ist mehr und so wie eben auch in diesem Skript drinnen steht, es steht nicht drinnen, dass du da 100 Videos schickst, sondern wirklich da rein auch, die Begeisterung, was der Leo zum Anfang auch gesagt hat, die Begeisterung ist das, was man auch reinschreibt, hey, ich bin total begeistert und ich muss jetzt diese Information mit dir teilen. Willst du da mehr Infos drüber? Ja, zack, und nächster Step und dann, wie begeistert ist das? Wow, super, nächster Step. Also wirklich Step by Step. Weniger ist mehr und dadurch kriegt man auch eine bessere Rückmeldung der Leute. Ja, da kann man ganz gut darauf sagen, durch die Begeisterung entsteht Interesse und erst durch das Interesse kommen die Fragen und ich brauche im Prinzip nur die die Fragen beantworten, die der andere jetzt stellt, weil er interessiert ist und nicht, weil ich jetzt da irgendwas verkaufen möchte oder und haben wir irgendwas Unmengen an Informationen mit ihm teilen. Einfach auf die Fragen eingehen, die derjenige hat aufgrund dessen, was ich ihm gezeigt habe. Super. Okay, danke. Bitte gerne. Wer hat sonst noch Fragen? Vielen Dank. Alles soweit happy? Ja. Im Charter mag keine Fragen geben. Das wäre es dann. Perfekt. Super. Ja, dann wollen wir uns recht herzlich bedanken für den heutigen Call und ihr könnt ja dann den Call in der Aufnahme wieder Revue passieren lassen und wie gesagt, für jeden, der den QR-Code Generator haben möchte, einfach jetzt rechts unten auf die beim Chat auf die drei Punkte und klicken und dann kann man auf Chat speichern gehen und dann habt ihr es. Ich sage einmal danke und wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Alles Liebe. Schönen Abend. Ciao. Danke für den Call. Bis zum nächsten Mal.